Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern schneidet laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der Ostsee-Zeitung schlechter ab als im vergangenen Jahr. Nur noch 39 Prozent der Befragten waren mit der Arbeit der Rot-Roten-Koalition zufrieden. 2022 lag der Anteil noch bei 51 Prozent. Die SPD-Fraktion käme laut Umfrage bei einer aktuellen Landtagswahl nur noch auf 27 Prozent. Von den verlorenen Stimmen profitieren insbesondere die AfD und CDU. Beide Parteien konnten rund vier Prozent der Befragten für sich gewinnen. Darüber hinaus gab es auch leichten Zuwachs bei der Fraktion Die Linke und den Grünen. 253 bei Zustimmung... ...